Ja, ich hab doch gesagt. Ja, ich hab paar Leute, ich hab gesagt. Kann wir Party machen? Ey, Bruder, was machst du? Ey, ich ruf dich später an, ja? Okay, okay. Okay, lass. Okay, tschau, tschau. Findest du dich, Alter? Alles gut bei dir. Alles gut bei dir? Was machst du, ey? Bruder, lass mich mal hin. Was ist das für ein Mädchen, Junge? Bruder, lass mich mal hin, Bruder. Bitte, bitte. Ich hab keine Freundin. Ich muss wirklich da hingehen mit dir. Ich hab sie als erstes gesehen. Du hast zwei Mädchen, weil ich hab nix. Du hast eine, ich hab keine. Ey, passt auf mich auf, ja? Oh mein Gott, oh mein Gott, seid ihr richtig hübsch. Oh, guck mal, deine Augen. Oh, guck mal, deine Augen sind so richtig geil. Sorry, ich hab ein bisschen aufgeregt. Ich hab eine Frage an euch. Kannst du mir vielleicht einen Kaffee trinken oder so? Naja, so, wenn wir eine Blume bekommen. Echt? Eine Velume? Oh mein Gott, ich komme gleich, ja? Blume, Blume. Oh mein Gott, hallo? Wie kostet es eine Velume? Ein Euro. Ein Euro, genau. Oh shit. Du hast doch eine Velume, Alter. Das war so eine scheiße Velume, ne? So, ich hab eine Velume. Ähm, wo ist deine? Warte, warte, warte. Gib, gib mir einfach deine Ohren. Ja. Meine Ohren? Ja, deine Ohren. Wegen ein Kaffee an meine Ohren? Ja, das ist süß. Du hast ja keine Blume für sie. Oder das ist ein neuer Gesetz in Deutschland, oder wie? Warte, vielleicht auch noch deinen Ring. Der ist voll nötig, wo hast du den? Nein. Einfach nur noch den Ring, dann können wir Kaffee trinken. Ciao Mann. Ja, egal, ich mag dich. Egal, scheiße, egal, diese Lume und so. Ähm. Und, ja? Äh, darf ich jetzt deine Nummer haben? Ja? Ich hab gar kein Handy mit, aber wir rufen dich an, okay? Ja, genau. Ja, rufst du mich an? Ohhhh. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Ja, Bruder, da hat eine genug. Ja, Bruder. Ja, Bruder. Ja, Bruder. Ich hab... Warte, hör mal zu. Junge, hast du eine Blume gegeben? Ja. Ja. Warte, ich hab eine richtige Blume. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Wie spät ist es? Wie spät ist es? Ach. Was ist meine Ohren? Ich hab... Ich hab... Sag mir nicht, dass du ihr die Ohren gegeben hast. Ich hab sie meine Ohren gegeben. Und was ist mit deinem Ring, Junge? Junge, die hat 10.000 Euro gekostet. Wie sie meinte. Das Ring... Oh. Oh mein Gott. Hey Bruder. Ich hab aber... Ich hab... Sie hat gesagt, ich ruf dich an. Aber... Ich hab die Nummer genommen. Nummer? Nummer auch nicht. Was hat mit mir geh... Junge, das bist du denn. Was hat mit mir gemacht? Bruder. Bruder, ich glaub... Wo ist meine Ohren? Meine Ring? Ich glaub, ich kenn diese Mädchen von letztes Jahr, Bruder. Mich hat sie genauso verarscht. Kennst du diese Mädchen? Warum hast du mich nicht gesehen? Ich hab sie doch nicht gesehen. Du hast mich doch... Meine Ohren, mein Ring. Was ist meine Ohren? Hattest du die lange Haare? Wer ist die... Lange, schwarze Haare? Ja. Und war sie genauso? Ja. Alter, was ist... Komm, ich geh, Bruder. Wo wirst du denn hin? Junge, es ist rein! Verstehst du? Bruder, helf mir. Reiß dich mal zusammen. Helf. Bitte, helf mir. Was helf dir? Meint doch die ganze Zeit, Jugo. Du wirst behindert. Der hat dich so verarscht. Ich muss jetzt... Wo wirst du hin? Du wirst noch jung, Junge. Was willst du machen? Ich bin jetzt. Es war bloß nur ein Ohren. Ich kann nicht mehr. Reiß dich mal zusammen, Junge. Komm mal. Meine Ohren. Meine Ohren. Meine Ohren.